Hallo ihr Lieben und Willkommen zurück zu Darksuit, komm ja, ja, letzte Folge hatten wir den Boss versucht, ähm, also den, was ist denn das, Taurus? Ich glaube, ne? Und da liegen jetzt natürlich noch die Seelen rum, die ich eigentlich, aber, aua, ganz gerne hätte. Na, komm mal her, komm. So, hallo, geht's noch? Das hat er am letzten Mal auch schon mal gemacht, ne? Wie hüpft denn der so weit, so? So, hier triggern wir den anderen da hinten mal wieder, dass der mal wieder hier vorne kommt, nach vorne kommt. Ja, wir müssen uns jetzt halt leider wieder durchkämpfen, es geht halt nicht anders. Ups, weiter Knopf, ich hab's wieder mit den Knöpfen. Ich habe es wieder mit den Knöpfen, das ist eine neue Aufnahmesession. Allerdings ist die letzte auch erst gestern gewesen. Von daher jetzt nicht so lang zurück. Ich hab gestern dann nicht mehr so viel geschafft. Aua, Mist, genau reingelaufen. Jetzt ist aber gut hier. Dankeschön. Ja, ähm, also machen wir uns mal wieder auf dem Weg. Shit. Okay, da stehen wir super los hier. Mann, du blödes, werfendes Ding. Ich glaube, ich mach die doch gleich wieder. Ich hab die früher mal von unten gemacht. Vielleicht macht das ja Sinn. Offensichtlich komme ich hier ansonsten ja nicht hin. Na, dankeschön. Ähm. Ja, meine Lieblingsschildträger. Komm her. So, da kommt der Nächste. Komm. Ah ja, weil man das mit dem Treten macht, geht es. Tatsächlich. Tschüss. So. Oh. Was machst du denn schon hier? Na gut. Haben wir die erledigt? Gucken wir mal, ob wir unsere Seelen vielleicht wieder zurückbekommen. Also. Ah, ich. Ich hab ja jetzt schon wieder Respekt vor dem Boss. Da hinten sind unsere Seelen. Na gut. Dann machen wir erstmal hier die zwei hier. Kurz hops. So, tschüss. Tschüss. Oh. Wollen wir es mal versuchen. Oh, lolololololololololololol. Puh. Oh, es rast gleich wieder mein Herz. Das ist un... Glaublich. Oh Gott. Lauf, 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 lauf. Oh Gott. Forest, lauf. Oh Gott. Es ist aufregend, Leute. Oh Gott. Gib Gas. Gib Gas. Gib Gas. Gib Gas. Der ist auch schon da. So. Und gleich wieder weg. Oh Gott. Ja, jetzt läuft es ja noch relativ gut. Aber ich will natürlich nichts beschreien. Oh, jetzt ist er wahrscheinlich ziemlich nah dran. Nicht runterhauen lassen. Oh, Schwein gehabt. Also wenn man nämlich nicht schnell genug ist, dann haut der nämlich hier wieder gekonnt runter. Was natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache ist. Ach Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, ich hab's eh... Shit. Shit. Und da bin ich tot. Ach so. Und Mist, das lief so gut. Bin ich halt hängen geblieben. So eine Scheiße. Ja, und gleiches Spielchen von vorn. Ach Mist. Vielleicht sollte ich da auch das, äh, die blöde Axt, die ich hier habe, in beide Hände nehmen. Da mache ich ja theoretisch mehr Schaden. Da fällt doch mal um. Also ich bin natürlich auch erst Level 6. Ich bin natürlich echt auch ganz schön klein. Das muss man jetzt natürlich auch mal so sagen. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, tatsächlich jetzt schon den Boss zu machen. Aber ich hätte ganz gerne meine Seelen wieder. Komm schon her jetzt. Komm. Mist. Das muss ich natürlich auch, äh, dazu auch noch natürlich sagen. Das ist ja noch die Start-Ax. Ich hab ja irgendwie gar kein anderes Item. Hab ich auch noch nichts gefunden? Vielleicht hab ich ja irgendwas schon gefunden, was ich nutzen könnte, was vielleicht ein bisschen... Söhner ist. Ein Spare. Klang gerade so, als ob hier gerade irgendwas langläuft. Offensichtlich doch nicht. Nicht mehr eingebildet. Kommt mal her. Ich probiere dich diesmal mal so zu holen. Oh, jetzt hab ich mich ja gerade erschrocken. Seid ihr alle tot? Sehr schön. Eine Brandbombe. Ja, fein. Oh, shit. Jetzt hab ich nicht aufgepasst. Ich döse. Hier ist natürlich noch der... Na, der Bogenschütze. So eine Scheiße. Oh, jetzt kommt ja gleich der Nächste. Na ja, gut. Okay. Auch das war gerade wieder mal meine eigene Blödheit, offensichtlich. Dann machen wir den halt jetzt. Hab ich den noch glatt vergessen, Leute? Was fällt hier ein? Kann ja wohl nicht wahr sein. Haben die irgendwas getroppt? Ja, der Einer hat hier halt was getroppt. Guck mal. Gucken wir mal ein Hühlenschild. Ist das vielleicht besser als das Schild? Ich hätte gerne ein schönes Schild. Shit. Hat der mich doch tatsächlich erwischt. Was ist denn das jetzt? What the fuck? Kommst du denn her? Okay, also das ist jetzt... Ja, läuft ja gerade mal richtig scheiße. Ja, ist es... Gut, jetzt... Leute, geht weg. Ich will nicht mit euch spielen. Ich glaube, ich... Wo kam der? Der kam jetzt von hinten, ne? Das ist sowas aber auch. So. Ist jetzt der hier oben? Ist der jetzt noch da? Ne, das war der auch schon. Okay. Ja, Mensch. Ja, Mensch, ja, Mensch, ja, Mensch. So. Boah. Zwei Tränke sind natürlich echt nicht viel, ne? Aber bis jetzt haben wir... Vorhin haben wir ja auch keinen gebraucht. Vielleicht haben wir ja Glück. Schaffen das. Und ich überlege jetzt gerade... Wie konnte man denn sehen... Belastung. Wir waren das unter 25 Prozent, ist man am schnellsten, ne? Also haut das ja eigentlich hin, wenn ich jetzt... Naja. 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 Oh, ich bin so blöd, Leute. Ah, da ist er ja schon. Da ist er ja schon. So. Ah, hat auch nicht viel mehr Schaden gemacht, ha? Oh Gott, ich habe so einen Schiss. Gott, 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 Gott. Oh, ich würde mich sehr freuen, wenn wir ihn tatsächlich vielleicht heute jetzt einmal noch schaffen würden. Oh Gott, 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 Was? Wieso war denn der schon da? Krass, Mensch. Oh, komm, dann noch ein letztes Mal. Komm. Nein, shit. Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Gott, Hilfe. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und der haut uns runter. Der haut uns doch jetzt bestimmt runter. Der ist doch schwichneller als ich. Nein, der haut da nochmal zu. Ja, 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 ja. Er will Glück haben, er will Glück haben. Oh Gott, ich mach das. Mein Gott, nur nix sagen, nur nix sagen. Leute, ich find das wirklich so aufregend, ja? Äh. Oh, was war denn das jetzt? Das ist doch eine Scheiße. Dann stand der gerade so kacke. Steht immer noch so kacke. Ist der jetzt verbuggt? Ja, er ist verbuggt. Na gut, dann machen wir es halt uns einfach. Dafür konnte ich jetzt aber wirklich nix. Das war ein Bug, Leute. Tut mir leid. Oh. Einmal durchatmen. Juhu, Leute. Wir haben den zweiten Boss geschafft. Und ich würde jetzt trotzdem... Gehen wir mal zurück nochmal. Also am Feuerbrennschrein haben wir noch ein paar Sachen vergessen. Dann laufen wir weiter. Laufen erstmal weiter. Wir können ja dennoch mal zurückgehen. Oder ich gehe dennoch mal zurück. Holen wir uns erstmal... Oh Gott, ist das aufregend. Ja, holen wir uns erstmal... Das nächste Feuer. Aber ich glaube, hier war noch sowas dran, na? Hier ist aber, glaube ich... Ups, da war eine Leiche. Ah ja, eine Seele. Die Seelen sind immer gut, wie wir denn so wissen. So, wo geht's denn hier lang? Einmal schick Aussicht genießen hier. Schön, schön. Und hier unten steht aber irgendwie noch einer. Ist auch noch irgendwie einer, den wir einschwören können, glaube ich. Ah, hallo. Du bist nicht so hollow. Far from it. Ich bin Solaire von Astora. Ein Adherent des Lordes der Sonnenstrahlen. Jetzt bin ich nicht tot. Ich bin zu diesem großen Land, der Geburt des Lord Gwyn, um zu suchen meinen sehr eigenen Sonnen. Du findest das strange? Well, du solltest. Keine Chance, zu schützen Ihre Reaktion. Ich verstehe das immer so. Ich verstehe das ganze Zeit. Oh, ho, 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 ho. Na, fein. Oh, gelobt sei die Sonne. Ja. Ja. Ups. Ja. Hm? Weißer Symbolsteckstein. Ja. Ja, mit dem Speckstein können wir, ähm, ich glaube, andere Spieler holen. Ähm, wo war denn das? Oh Gott. Können ja mal gucken. Ähm, schwarzer Leberwolf, ein Turm, verbannen, nach Hause, zurückkehren, okay. Weißer Symbolstein hinterlässt ein Rufsymbol. Damit können wir uns also rufen lassen, offensichtlich. Dann haben wir auch echt noch ein paar Seelen und sowas, was wir auch noch alles mal benutzen könnten. Ähm, gut. Gut, gut, gut. Gut, ich würde sagen, bevor wir uns das antun, mache ich jetzt eine kleine Folgenpause und danke wie immer fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge Dark Souls.